Moin Freunde, herzlich willkommen zu einem anderen Video von mir. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr Roundcube auf eurem Web-Server installiert. In meinem Fall ist es ein bereits fertig eingerichteter Web-Server. Ihr müsst natürlich, also ich werde euch jetzt hier nicht erklären, wie ihr den Mail-Server dafür einrichtet und sowas. Die Voraussetzung ist halt, dass ein Mail-Server läuft, zum Beispiel mit dem E-Map-Protokoll oder halt das alte POP3. Vielleicht gibt es ja einige Menschen, die das auch gerne noch benutzen möchten. Und natürlich SMTP und auf jeden Fall ist zu empfehlen, dass dort die verschlüsselten Ports benutzt werden. Wie noch mal es sei, wir möchten dazu Roundcube wie gesagt benutzen und das bietet halt eine komplette Web-Mail-Oberfläche. Und durch die neue Version 1.4 bietet es halt viele, viele tolle Möglichkeiten, vor allem auch im mobilen Layout einfach mal seine Mails aufzurufen. Das hat ja mit den alten Versionen nicht so ganz gut funktioniert und deswegen gibt es jetzt dieses Elastic-Design. Und wie das alles jetzt funktioniert, das möchte ich euch jetzt zeigen. Als erstes sollten wir uns Roundcube runterladen und bei mir ist momentan die aktuellste Version 1.4.1. Also laden wir das nochmal runter. Jetzt kommen wir hier auf eine Seite, wo wir uns halt eine Art des Downloads auswählen können. Es gibt hier halt zwei verschiedene Versionen, drei verschiedene Versionen, Entschuldigung. Die ersten beiden sind halt, also die Dependent und die Framework, die sind halt eher so für Konsolen-Installationen, beziehungsweise weil man nicht alle Abhängigkeiten mit installiert haben will. Weil ich meine im Endeffekt braucht man jetzt auch nicht wirklich alle Abhängigkeiten. Das wollen wir jetzt aber trotzdem mal machen. Also ich möchte jetzt hier einfach mal die Complete-Version runterladen. Das heißt, ich klicke jetzt hier auf Download und dann Save File, Target Set und danach kommt nochmal Tar. Das könnt ihr einfach mit 7-Zip oder sowas entpacken. Und dann kriegt ihr hier so einen Target-Z-Ordner. Den müsst ihr auf Entpacken. Und ich habe mir das jetzt hier schon mal auf dem Ordner vorbereitet, weil das ist, wie gesagt, das muss man zweimal entpacken, wenn man das zum Beispiel mit dem 7-Zip machen möchte. Und dann benötigt ihr als nächstes eine FTP-Verbindung zum Server. Also ich hoffe, die Leute, die sich jetzt hier so einen Webmail-Client einrichten, die wissen auch, wie man seinen Server absichert, wie man eine FTP-Verbindung aufbaut. Denn ich bin mir nicht sicher, ob man sowas auch extra erklären sollte. Ja, wie dem auch sei, ich bin jetzt hier bereits mit meinem File-Server verbunden. Und ich lade jetzt mal einfach hier alles in diesem Ordner, lade ich jetzt einfach mal da hoch in den Ordner rein. Das kann jetzt ein bisschen dauern, deswegen werde ich in der Zeit kurz das Video einmal pausieren. So, jetzt haben wir das hochgeladen. Ich habe es jetzt gerade aus Versehen schon geschlossen. Da war ich wohl ein bisschen übereifrig. So, und jetzt können wir uns das theoretisch schon angucken. Bei mir ist es jetzt einfach mal mail.rzdef.de. Und dann kommen wir direkt hier. Ja, wir haben hier keine Konfigurationen und so weiter und so fort. Das ist aber normal. Ich gehe mal direkt hier über HTTPS. Vielleicht liest ja jemand mit. So. Und wir können jetzt einfach Slash Installer. Ich glaube, es war Installer. Ja, ich bin so blöd, es war Installer. So, und dann machen wir erstmal einen Environment Check. Hier haben wir PHP Version 7. Also ich glaube, es geht sogar noch. Die älteren Roundcube-Versionen, die funktionierten sogar mit PHP 5 noch. Sollte man auf jeden Fall nicht benutzen, weil PHP 7 ist halt einfach Bombe. So, dann gucken wir natürlich hier. Ist denn dies und dies und dies und dies und das alles verfügbar? Ja, in dem Fall haben wir das alles hier vorbereitet. Wundert euch nicht. Das hier muss nicht unbedingt dabei sein. Was für uns wichtig ist, ist zum Beispiel MySQL, PostgreSQL oder SQLite. So, und wir benutzen in diesem Beispiel einfach mal MySQL. Dann haben wir noch Third-Party-Lips. Also das ist jetzt auch erstmal für uns nicht wichtig. Und ganz zum Schluss kommt hier nochmal Not Okay mit der Time Zone. Das ist auch nicht schlimm. Das können wir natürlich auch später einstellen. So, also wenn ihr jetzt hier alles grün habt, also dass auch die Dateien beschreibbar sind, dass man Dateien hochladen kann, dass die Encryption-Funktionen alle funktionieren und sowas, dann können wir jetzt weitermachen. Ich klicke jetzt hier auf Next und dann können wir anfangen. Jetzt geben wir unserem Produkt, also unserer Seite, die wir dann später anbieten möchten, geben wir jetzt, ich mache mir den Tab zu, der geben wir jetzt irgendwelche Eigenschaften. In meinem Fall kann ich das alles so lassen. Also ich sage jetzt hier Roundcube Webmail, wenn ihr jetzt unbedingt wollt, dass euer eigener Mail-Anbieter da steht oder sowas, dann könnt ihr das natürlich auch da reinschreiben. Wir können jetzt hier auch noch eine URL zu unserem Logo hinmachen, also das, was sozusagen beim Login direkt angezeigt wird. Hier haben wir noch einen Key, der sozusagen zur Encryption, der zur Verschlüsselung unserer Nachrichten, beziehungsweise vom, ich glaube, vom E-Mail-Passwort genau genutzt wird. Dann können wir noch eine IP-Authorization aktivieren. Wir können hier die Spell-Engine aktiv aktivieren, beziehungsweise irgendwelche auswählen. In dem Fall reicht P-Spell aus. Es ging auch mal mit Google oder es gibt auch noch Google Translate. Allerdings haben die ihren Service, glaube ich, eingestellt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Deswegen also P-Spell, da seid ihr schon eigentlich auf der guten Seite. Da könnt ihr später noch mal ein bisschen mehr einstellen, das seht ihr dann auch. Und jetzt können wir uns hier noch das Identity-Level angucken. Also wenn ihr jetzt wirklich so ein Free-Mail-Anbieter werden wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall diese Einstellung hier ändern. Und zwar auf One Identity with Possibility to add all parents but not E-Mail-Adress. Weil dadurch können die sich im Roundcube theoretisch eine andere E-Mail-Adresse zuweisen, wenn der Web-Server es dementsprechend zulässt. Das wäre eine Sicherheitslücke. Deswegen deaktivieren wir das mal und dann geht es auch direkt weiter. Dann müssen wir gucken, dass die Ordner hier angelegt sind. In meinem Fall sind die Sachen angelegt. Also ich kann mich gerne noch mal einloggen. Weiß nicht, habe ich gerade den Zug? Nein, habe ich nicht. Gut, dann kann ich mich nicht einloggen. Aber der Logs-Ordner sollte eigentlich bei dem, also wenn ihr das eingefügt habt oder hochgeladen habt, dann sollte das eigentlich schon alles da sein. So, dann könnt ihr dem Dinge noch ein Prefix geben, was für ein Level geloggt werden soll. In dem Fall können wir User-Level-Messages anlassen. Und dann können wir hier die Datenbank einstellen. So, in meinem Fall ist Localhost richtig. Dann haben wir das schon mal ein bisschen vorbereitet hier. Haben wir hier den Database-Name und den Database-User-Name. Das ist der gleiche in meinem Fall. Ihr müsst, wie gesagt, eine Datenbank angelegt haben bereits, bevor ihr damit arbeiten könnt. Und hier haben wir noch ein koptisches Passwort, was ich mir hier schnell mal reingeflixt habe. So, und dann haben wir noch ein Prefix. Wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Datenbank benutzt, wo jetzt noch ein WordPress draufläuft, wo jetzt noch ein Typo 3 draufläuft oder was weiß ich, und nur eine Datenbank frei habt, dann solltet ihr vielleicht ein Prefix benutzen, weil dann wird die gleiche Datenbank angesprochen. Aber die verschiedenen Tabellen beißen sich nicht. Also, wenn da jetzt zum Beispiel eine Tabelle gibt, die heißt SMTP oder sowas, dann gibt es vielleicht bei WordPress eine Tabelle, die heißt SMTP, sonst würden sie sich beißen. Bei WordPress ist der Vorteil, meistens ist es schon direkt eingestellt, dann heißt es dann zum Beispiel WP-SMTP oder so. Keine Ahnung. Also, das kann ich jetzt auch nicht genau sagen. Müsst ihr mal gucken, was für euch am sinnvollsten ist. Meine Datenbank ist komplett leer, das heißt, ich kann einfach die hier benutzen. Also, ich muss kein Prefix benutzen. So, dann geht es weiter mit den E-Map-Settings. Und hier wird es dann schon ein bisschen komplizierter. Da ist es wichtig, dass ihr schon einigermaßen wisst, wie euer Server eingestellt ist. In meinem Fall ist der Host United Hosting. Also, das ist meine Website und darüber habe ich halt auch die ganzen E-Mail-Adressen am Laufen. Und wenn ihr explizit SSL unterstützt, dann könnt ihr sogar einfach sagen SSL Doppelpunkt Slash Slash. Wenn ihr nicht wisst, was euer Host ist, dann solltet ihr euch auf jeden Fall mal ein bisschen schlauer machen über euren Server. Keine Ahnung. Also, wenn ihr Plesk laufen habt, dann sollten das eigentlich die Standardeinstellungen sein. In dem Fall wird es dann meistens die erste Domain sein, die ihr da eingerichtet habt. In meinem Fall, wie gesagt, United Hosting. Der Port ist eigentlich auch dann genau der hier. Und in meinem Fall, wie gesagt, ich gebe jetzt mal United-Hosting.eu ein. Und darüber sollte er schon verbinden. Wenn ihr jetzt beispielsweise einen, also mehreren Leuten diesen, also mit mehreren Domains das anbietet, dann könnt ihr hier auch andere Domains noch hinzufügen. Dann generiert er hieraus sozusagen einen Array und dann geht er alle Verbindungen durch. Natürlich, aber das müssen wir jetzt in meinem Beispiel hier nicht machen, deswegen lassen wir es. Ansonsten könnt ihr auch ausprobieren, wenn ihr wirklich keine Ahnung habt, könnt ihr einfach SSL Doppelpunkt Localhost ausprobieren. So, den Port wie gesagt lassen wir gleich. Und jetzt ist die Frage, ob ihr nur eine Domain unterstützen wollt. In meinem Fall sind ganz, ganz viele Domains da am Laufen, deswegen werde ich das hier leer lassen. Ansonsten könnt ihr beispielsweise, wenn ihr jetzt rzdev.de, also bei mir ist das jetzt rzdev.de, gebt ihr einfach rzdev.de ein. Das kann aber beim Login später zu Problemen führen. Aber das könnt ihr auch später in der Config dann ändern. Das ist kein Problem. In meinem Fall, wie gesagt, sind mehrere Domains, die da genutzt werden, deswegen lasse ich es leer. So, für den Anfang sollten wir Auto-Create-User aktivieren. Denn das bringt uns den Vorteil, dass wir die User, die jetzt noch nicht in der Datenbank sind, sich das erstmal jetzt über das neue System einloggen. Dass die direkt einen Account erstellt kriegen und dass Roundcube dann weiß, okay, das ist der User. Die Authentifizierung funktioniert sowieso über den Mail-Server. Das heißt, in der Datenbank von Roundcube werden keine Passwörter gespeichert. Ihr könnt jetzt auch nicht einfach so mal einen User erstellen oder sowas, sondern das macht der Mail-Server. Aber bei Plesk ist halt der Vorteil, da gibt es halt eine super gute XML-API, die könnt ihr ansprechen. Da könnt ihr dann E-Mail-Adressen erstellen oder ihr macht es halt direkt über das Plesk-Interface. Das soll jetzt keine Werbung für Plesk sein, weil ich muss einfach sagen, es ist ein tolles Produkt und man kann es kostenlos testen und man kann die Test-Version auch verlängern. Und von daher, das ist ein tolles System und das ist alles schon eingerichtet, da muss man sich gar keine Gedanken mehr drüber machen. Ja, also Hashtag Werbung hier, das ist mir egal. So, dann geht es weiter, wir können uns hier noch Namen für die Ordner auswählen, die standardweise hier immer mit drin sind. Also beispielsweise gesendete Objekte, Mülltonne, hier Drafts sind die gerade angefangenen E-Mails oder eine Junk-Mail-Folder, was weiß ich. Also die könnt ihr jetzt, ich lasse das jetzt bei Standard, die meisten Sachen könnt ihr ja echt bei Standard lassen. So, dann kommen wir zu den SMTP-Settings. Das ist ja das Simple Mail-Transfer-Protokoll. Da geht es darum, wie gehen die Mails raus. Und hier gibt es ab und zu mal ein paar Probleme. Das müsst ihr, wenn wir hier jetzt gleich alles eingetragen haben, auf jeden Fall nochmal alles zusammen testen. In meinem Fall ist es jetzt einfach nur unitedhosting.eu. So, wie gesagt, ihr könnt auch eine SSL-Connection setzen. Bei mir hat das, glaube ich, nicht funktioniert, deswegen probiere ich es jetzt erstmal so. Und ich meine, das Ding hier lösche ich sowieso wieder, wenn ich das Video hier fertig habe. Von daher, da muss ich mir jetzt keine Sorgen machen, dass jetzt für zwei Minuten mal keine verschlüsselte Verbindung hier vorhanden ist. So, und dann können wir uns hier noch theoretisch, wenn wir nur eine einzige E-Mail-Adresse auswählen, können wir hier auch unsere Zugangsdaten auch so eintragen. Also in meinem Fall möchte ich das natürlich so lassen, dass es dynamisch ist, also dass mehrere Domains sich einloggen können. Deswegen lassen wir es hier bei %u und %p. Theoretisch könnt ihr auch einmal reinschreiben, zum Beispiel meine Mail at rzdev.de oder sowas und hier kommt das Passwort 12345 oder sowas rein. Das solltet ihr natürlich nicht als Passwort benutzen. Das ist das Dümmste, was ich sehen würde. So, wir können auch einen SMTP-Log anlegen, können es aber auch deaktivieren, ist jetzt nicht so extrem wichtig. Das ist halt dafür da, um beispielsweise mal eine kleine Nutzerstatistik zu erstellen, zu gucken, wie viele Mails sind rausgegangen, wie viele Mails sind zum Beispiel nicht durchgegangen oder sowas. Das kann man dann hier durch diesen Log machen. Ich mache den jetzt einfach mal aus. So, dann geht es weiter. Wir können hier nach dem RFC 1766, können wir uns jetzt hier eine Sprache, also einen Language Key sozusagen auswählen. In dem Fall wird es bei uns de.de sein. Das ist dann zum Beispiel auch, dass er die HTML-Sprache oben auf de setzt. So, dann können wir jetzt hier schon vorher einen Skin auswählen. Also es gibt da mal das Larry, das ist das Nicht-Responsive-Desktop-Layout eher. Dann haben wir das Elastic, das ist Desktop und Mobil, also ein komplettes Responsive-Layout. Und natürlich das Classic, das total scheiße aussieht und das sowieso keiner mehr benutzt. Wie dem auch sei, genau, dann können wir noch gucken. Wir wollen hier, ach, das sind so ein paar Kleinigkeiten, da solltet ihr auf jeden Fall mal ein bisschen durchlesen, was man hier machen kann. Wir können auch hier zum Beispiel standardmäßig einschalten, ob wir die MDN-Requests aktivieren. Also die Mail-Delivery-Notification. Ich glaube, das war das. Also Fragen, ob du es gelesen hast. Da kommt dann meistens bei Outlook oder sowas diese Meldung auf. Der Benutzer hat gebeten, dass wir sie fragen, ob sie diese Mail gelesen haben. Dann kann man es bestätigen oder nicht. In dem Fall kann man hier auch Ask the User. Oder wir können auch einfach sagen, ja, automatisch aktivieren. Dann kriegt er halt direkt die Antwort, wenn die Mail gelesen wurde. So, dann stellen wir das hier noch für MS Outlook OE ein. Keine Ahnung, das hat immer gut funktioniert. Deswegen sollten wir es auch so dabei lassen. So, wenn euch jetzt hier noch so ein paar Sachen gefallen, zum Beispiel Archive, dann könnt ihr die hier mit installieren. Ich will das ganze Ding mal komplett ohne Add-ons und was für sich was installieren. Das brauche ich nämlich jetzt ganz ehrlich mal gesagt nicht, weil das sind echt krass viele Sachen. Joa, und dann geht es weiter. Wir erstellen jetzt einfach mal die Config. So, und dann hat er uns jetzt hier in dem Config-Ordner, da müssen wir gleich nochmal vielleicht reingucken, wenn das nicht ganz funktioniert. In dem Config-Ordner hat er uns jetzt hier, ja, die Config generiert. So, und dann können wir uns das nochmal alles angucken. Also, falls jetzt hier irgendwas fehlerhaft ist oder sowas, dann könnt ihr das nochmal durchchecken. Ich klicke jetzt hier nochmal auf Continue und dann können wir sehen, gut, Test-Config hat gestartet. Und dann kommen hier so ein paar Sachen und der testet jetzt halt, ob die Dateien da sind, ob die Datenbank da ist und sowas. So, und beim ersten Start ist es so, dass die Datenbank noch nicht erstellt wurde. In dem Fall wollen wir jetzt hier auf Initialize Database klicken und dann stellen wir auch die Zeitzone ein. Wir schreiben halt die Tabellen alle rein und auch schon die ersten Datensätze. So, dann gibt es noch ein super beliebtes Problem und zwar, dass der Meme-Type oder Meme-Type, ich weiß nicht genau, was das bedeutet, nicht vorhanden ist oder nicht okay ist. Das können wir so lösen, indem wir hier von svn-apache.org slash Meme-Types einfach mal diese Datei runterladen. So, und in dem Fall können wir einfach in unserem FTP diese Datei anlegen und dann in der Config gleich darauf verweisen. Also habe ich mich jetzt mal wieder ein bisschen schnell eingeloggt hier in meinen Roundcube und wir können jetzt hier in diesem Root-Verzeichnis einfach mal die Datei erstellen. Bei Windows-CP geht das relativ einfach, da können wir hier einfach auf Neue Datei und dann sagen wir Meme.types. So, wenn ihr auf eurem Web-Server bereits die Meme-Types aktiv habt, dann könnt ihr auch einfach auf diesen slash www, slash www, slash www, slash html, slash blablabloop und sowas könnt ihr auf diese Datei auch so verweisen. Ich möchte es jetzt einfach relativ schnell machen und sage jetzt hier okay. So, dann erstellt er mir hier im Visual Studio Code, erstellt er mir jetzt hier die Datei und jetzt fügen wir einfach mal diesen ganzen Kram hier, den fügen wir jetzt mal hier mit ein. So, und dann gucken wir einmal in die Config rein, das geht hier unter Config und dann suchen wir, ich glaube das war in der Config Inc., mal ganz kurz gucken hier, ähm, Meme, 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 nein, dann war es doch die Defaults, ja, das mache ich viel zu selten, so ein Roundcube installieren, genau. So, und dann müssen wir gucken, Meme-Types, genau, so, und jetzt können wir hier den Pfad angeben, also machen wir jetzt hier einfach, äh, hohe, ach komm, so, jetzt. So, und da die Config jetzt in dem Config Ordner ist und wir, ähm, die Meme-Types, äh, wir haben ja noch nach Meme-Types.prp, okay, äh, die Meme-Types hier angelegt haben, wollen wir jetzt darauf verweisen, indem wir einfach sagen, Punkt, Punkt und dann Slash Meme.typs. So, und dann haben wir sozusagen die Meme-Types, äh, hier mit, äh, mit, äh, eingebunden. Jetzt können wir es nochmal testen, also ich klicke jetzt hier nochmal auf Create Config, äh, score nochmal ganz blöd runter, der speichert sich das, Update Config, Continue, und dann sagt er jetzt auch hier, die Meme-Type-Configuration ist jetzt auch richtig. So, und jetzt können wir mal unsere Einstellung testen. Ich hab mir dazu mal eine Test-Mail angelegt, die heißt einfach testrzdev.de, das Passwort ist, glaub ich, das hier, und dann schick ich einfach mir, als ich, äh, eine Mail, und wir gucken mal, ob es funktioniert hat. Aha, unknown error, unable to connect to, mhm, ja gut, okay, das, das, das kratzt mich gerade echt so ein bisschen, ne, also ich muss das, ich muss das jetzt echt irgendwie gerade ausprobieren, hab's. Ich weiß nicht, woran das jetzt liegt, also das regt mich jetzt gerade echt des Todes auf, also ihr könnt gerne vorspulen. Ich teste das jetzt. Ach, jetzt hat's funktioniert. Gut, okay, bei mir ist es also United Hosting EU ohne SSL mit Port 25, also super unverschlüsselt. Äh, das solltet ihr natürlich nicht machen, oder beziehungsweise das solltet ihr nicht eingestellt haben, deswegen, also bitte achtet darauf, dass, äh, eure Einstellungen dementsprechend auch verschlüsselt und auch sicher sind. So, wenn das jetzt funktioniert, und, äh, unsere IMAP-Config auch funktioniert, dann, sollten wir das nochmal vorher testen, bevor ich jetzt wieder Müll erzähle. Ja, das sieht auch gut aus, genau, perfekt. Dann klappt jetzt beides, das ist super, damit können wir jetzt weitermachen. So, jetzt müssen wir den Installer-Ordner, äh, deinstallieren. Und das machen wir einfach, indem wir hier in den Ordner reingehen und dann auf löschen, nicht mehr fragen. So, und jetzt ist der Ordner weg. Jetzt können wir uns ins, äh, Roundcube einloggen. Und das geht einfach darum, äh, da so, indem ihr auf die, auf die, auf das, auf das Verzeichnis geht, wo die index.php drin ist. So, in dem Fall ist es jetzt, sind wir jetzt hier drin. So, und jetzt kann ich mich hier einloggen. Test at rzdev.de mit meiner, mit meinem supergeilen Passwort anmelden. Und hier haben wir jetzt unser Interface. Ja, und dann könnt ihr hier machen, was ihr wollt. Ähm, das ist, wie gesagt, das supergeile Responsive Interface. Also, das können wir jetzt auch hier zum Beispiel kleiner machen, wie ihr seht. Und das funktioniert auch super gut. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, das gefällt mir auch echt gut. Der Designer von den Dingen echt tut ab an dich, ne? Also, echt toll, nice. Ja, dann können wir zum Beispiel auch noch hier die Benutzeroberfläche stellen. Switchen, wir können Larry nehmen. Wir können natürlich auch ganz blöd einfach das Elastic einmal kopieren. Und, ähm, also den Ordner davon. Und die Sachen umschreiben, wenn ihr euer eigenes Template machen wollt. Dann könnt ihr halt die Dinger hier auch benutzen. Genau. Und ansonsten, äh, ist das jetzt hier euer, ja, Webmail-Client. Jetzt habt ihr euren eigenen Webmail-Client eingerichtet. Also, jetzt dürft ihr euch gerne auch mal ein bisschen auf die Schulter klopfen, wenn ihr es bis hierhin noch geschafft habt. Und könnt stolz auf euch sein, dass das alles gut funktioniert hat. Gut, wenn es irgendwelche Fragen gibt, dann natürlich in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht es gut. Bis dennne. Tschüss, ciao. Und auf Wiedersehen.